Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu Minecraft im Single Let's Play, yo! Ähm, das letzte Mal sind wir hier einfach rumgerannt und die Musik geht mir grad voll auf den Piss Äh, und haben was weiß ich, ein paar Dinge gefarmt und so weiter und so fort Und heute suchen wir erstmal ein paar Kisten durch Haben wir, yo, wir haben Glas, yo, wir haben Glas Fackel haben wir auch und zwar möchte ich heute, ich hab nämlich schon vor der Aufnahme ein bisschen gesucht Dieses Ding hier bauen, so Das heißt, wir tun jetzt erstmal hier das Glas rein Dann setzen wir das Ding, patsch, haben wir ein Und Yo, werden Erstmal schön pennen gehen So übelst voll verzerrt, Entschuldigung dafür Ich hab einfach nur gute Laune heute mal Kommt's selten vor, dass ich gute Laune hab, ist aber so Fuck dich Weil ich würde gern, äh, da auf diese Hügel eine Turm bauen Nicht auf den, aber auf dem Nix Fick dich da unten schon mal How much is the fucking fuck fuck? Nehm ich den oder? Ich nehm den Der sieht ansprechender aus Oh Okay Ja Laufen wir erstmal einmal hier rundherum So Oh, das ist ne Höhle, cool Gut, weniger eigentlich, aber ich find's cool Und zwar Ah Ich hab mich eigentlich mit diesen Dingen noch nie beschäftigt, so wirklich Deswegen Werde ich erste Mal hier weg machen Oh So Also jetzt weh dahin Ah shoo, ja Bisschen klein. Hm, nö. Wie sieht's denn jetzt aus? Ha, noch einmal klicken vielleicht. Das ist ja nur so ein Art Schablönchen. Okay. Dann würd ich sagen, Map, Waypoint, New. Toam, dann teleportieren wir uns hierhin. Und wo war die Erde drin? Weiß ich gar nicht mehr so. Schmeiß den Stahl rein. Kann man das adden? Kann man nicht essen. Frechheit! Das ist eine Frechheit. Weiß ich auch da rein. Ha, 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 ha. Und dann setzen wir uns da oben einen Turm hin. Ich will mal eine andere Taste drücken. Ich will mal eine andere Taste drücken, aber egal. Teleportieren wir uns da hin. Mochen zack und zack. Und... ... Wieso willst du eigentlich so ein Scheiß bauen? ... 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 5 Moment. 1, 2, 3, 4 5 6, 7, 8 Wenn schon, dann symmetrisch. Symmetrie ist nämlich so meine Stärkewister. Ha, ha. Und wieder was zum Lachen. Oder? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Ja, und 1, 2, 3, 4 1 2 3, 4 So, 1 2 3 3, 4 5 6 7, 8 1, 2 1, 2, 3 3 4 1, 2, 3 5 6 7, 8 1, 2, 3 4 4 4 5 5 5 Ich glaub, mein Mikrofon ist ein Stück zu weit weg, oder? Lieg ich da? Lieg ich da falsch? Wenn ja, Junge, schreib in die Kommentare. Damit ich wüsste, ob ich zu weit weg bin. Wenn nein, lass doch einen Daumen hoch da. Übelst der Schwachsinn. Oh, Mann. Ich nehme diese... Diese Aufnahme-Season ist an einem Freitag, deswegen nicht wundern. Ich komm grad von der Arbeit und hab mir gedacht, ach komm, nimmst mal etwas auf. Und ja, was passt da besser als ein Minecraft-Single-Let's-Play aufzunehmen? Weil heute ist auch unser Haupt-Aufnahmetag eigentlich. Eigentlich. Praktisch gesehen anders, aber ich sag einfach so. Ich brauche den Kobli-Stoon. Kobli, ich brauche den Kobli-Stoon. So. Komm, noch eine Etage. Innen wird zwar eigentlich eh ausgehöhlt, aber... Just for the Lulz. Soll ja hoch aussehen. So. 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 Perfekt. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Weil jeder Mensch braucht Kaffee. Ich weiß gar nicht, wie viele Steine ich jetzt noch hab. Der war falsch. Perfekt. So. 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 Und so. 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 Diese Aktion war not so cool. Ach, irgendwo setze ich hier auch mal Fockeln hin. Hauptsache man hat Licht in die, in die Hut. Und die Hut muss Licht, 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 Licht. Ist hier Licht? Ist Licht. Ist er perfektig? So, jetzt tun wir hier. So nen Block raussetzen, nun muss ich da immer Erde hinsetzen, obwohl, warte mal. Wo kommt denn meine Waypoint raus? Waypoint, Turm, Teleport. Oh, Perfekt, Träne. Am Waypoint, Turm, Teleport. Das macht Spaß. Gibt es hier eine Query? Burnt Quards, Ender Query. Ich will aber eine normale. Gibt es hier wirklich nur eine Ender Query? Würdest du mich eigentlich verarschen? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Gibt es hier eine Mining, irgendwas? Mining? Warte mal, das nennt sich ja Turm. Die haben aber ganz schön abgespickt hier, ne? Muss ich gerade mal so feststellen. Aber extrem. Nein, nein. 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 Ich muss jetzt mal gucken, ob wir überhaupt Obsidian haben. rules, nimmst du Scheiße. Also, ob wir den Scheiße, die sind schon mal so feststellen. Mann, 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 Mann. Warte mal, hier ist Frau zuerst. Frau zprüche, nicht so feststellen. Mann. Mann. Mann, Mann, Mann! 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 Mann!